Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wir ziehen gegen den Sägezahn in die Schlacht. Jetzt müssen wir erstmal eine Taktik ausarbeiten, wie wir den hier erledigen können. Spuren markieren. Schwächkörper, Schwäche. Okay, der ist anscheinend gegen Brandpfeile. Tut ihm anscheinend nicht so gut. Gut, die markieren mal die Spur und legen uns Brandpfeile an. Okay. Ganz langsam hier durch. So, wo ist er denn jetzt? Okay, ich würde sagen, wir legen mal eine Pfeile. Und zwar von hier. Darüber. Und wechseln auf die Feuerpfeile. Weil ich glaube, er kommt jetzt hier hoch. Der müsste jetzt eigentlich hier irgendwo sein. Okay, da ist er. Ihr müsst dann jetzt genau in die Falle reinrennen. Jetzt oder nie? Entdeckt! Was? Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, komm, ja komm. Okay, wir haben ihn. Wow, schwere Geburt, sag ich mal. Bumm, was hat er denn alles? Metallschirmen, Sägezahn hier, hat es Kühlsaft, Lohe und Draht. Okay, wir nehmen natürlich alles. Aber ich habe doch eigentlich auf den eine Schwachstelle geschossen, aber das hat anscheinend nicht viel gebracht. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können. Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Okay, anscheinend ist es selbst auf Opferung. Sind wir fertig? Folg mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Okay. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Okay, wir sehen uns in Mutterherz. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. So, Hauptquels abgeschlossen. Plus eins. Okay. Ich werde mir erstmal auffüllen. Und dann schauen wir mal ins Inventar. Wir haben ja anscheinend eine Kiste bekommen. Habt ihr gesehen? Inhalte also zeigen. Schnellreisepaket. Okay. So, was haben wir denn hier noch alles? Okay, Rohstoffe. Schnellreisepaket. Dieser Gegenstand ermöglicht eine schnelle Reise zu einem entdeckten Lagerfeuer oder einer Siedlung auf der ganzen Welt. Quellen Menschenhändler. Kann man es anscheinend kaufen jetzt. Und wir werden schnell reisen. Verkauf gegen Metallscherben. Das machen wir natürlich nicht. Okay. Was haben wir hier noch? Fallen Tränke. Statt, äh, Tränke. Statt 150 gesundheitlich wiederher. Einen Trank aus, ein, ein Trank aus Tierextrakten, der nach der Einnahme heilend und wiederherstellend wirkt. Okay, wie kann ich das anlegen? Fertigkeiten haben wir, können wir jetzt zwei Skillen, zwei neue. Machen wir mal das, dann kriegen wir mehr Rohstoffe. Okay, wir stellen auf jeden Fall wieder her. Dass wir voll sind. So, ah, jetzt habe ich da unten die Tränke drin. Alles klar. Und wir nehmen diese, die normalen Pfeile, das reicht jetzt glaube ich. Okay, okidoki. Becken Notua. Okay. Mutterherz, rede mit Rost. Gehen wir noch da gleich mal hin und speichern auf jeden Fall mal. Schnellspeicherung. Ah, jetzt sind wir aber wieder in dem Becken drin. Okay. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Aber sollten wir nicht erst mit dem Rost reden, wenn der letzte Tag vorbei ist? Jetzt gehen wir mal zu dem Hintertiven jetzt angreifen. Und ob die mich einfach in Ruhe lassen. Stiller Schlag. Nee, die tun mir gar nichts. Jetzt muss ich kämpfen. Zuna darf man doch nicht hingehen. Das brauche ich. Okay, es klappt immer besser, muss ich sagen. Verderbendes Gewebe. Okay. Okay. Okay, man kann ihn aber recht gut entkommen, muss ich sagen. Nein, stimmt doch. Gut, dass ich das gefunden habe. Ich finde die ganze Zeit schönes Zeug. Ich finde die Zeit schönes Zeug zu verraten. Ich glaube, dass ich den Arm bonnötig bin. Es kein Wundantes Gewebe. Ich denke, bitte. Ich bin das glaube ich alles. Ich habe das Problem. Ich habe das Problem. Ich bin das Professor. Ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Klar. Oh. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Okay, dann lassen wir mal reingehen. Oder machen wir letzte Ratschläge? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Okay. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein. Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgleich. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich spreche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst. Ich folge dir. Dieses Mal nicht. Heute wird es schon sauer. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Okay. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er nicht mehr in der Geschichte auftaucht. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Fürs Erste. Genau, würde ich auch sagen. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Weil ich habe immer einen Scanner. Nicht? Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Okay, wenn du Stress willst. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Yessa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Ich glaube, das ist vielleicht der, den wir gerettet haben. Die Göttin, schütze dich. Was ist denn da los? Tipp, Tipp, Tipp. Oder irgendwie so. Tipp, Buck. Irgendwie so hieß der doch. Die sind wirklich gut. Grüßen, Nora kennt. Ich will aber nicht. Okay, die wollen jetzt noch nichts mit mir zu tun haben. Ich bin dann auch ausgestoßen. Eine richtige kleine Stadt hier. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wie es denn hier weitergeht. Im Mutterherz. Wir schauen uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen. Kommentar oder auch ein Like. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi. No, das ist wie Sie. Ja. Bravo. Vielen Dank.